was geht ab youtube mit wunderschönen kontakt und zuschauer abnenden wir spielen wieder pokémon go stehen gerade auf dem markt mit dem kumpel shonny casper könnte man gerne mal drauf schauen jo was geht leute pokémon go ist angesagt hoffentlich finden wir durch mein log modul was schönes haben gerade ein taubsi oder taubauer ne taubauer was ja aber taubsi ist nicht so wirklich schön und ich finde ja sie blende mal hier rein ja taubauer was bei mir mein kumpel jetzt regnet es auch noch toll jetzt haben wir sogar etwas im hintergrund musik das ist schön aber immer noch nicht von mir immer noch nichts von shonny gesper ich glaube irgendwann benutze ich auch dein modul hier echt ich sehe manchmal so blaue häckchen an gehen wir rein taubsi ist da ich bin mir taubsi da fangen wir an taubsi und gucken wo man es nicht mehr weiterentwickeln kann zu taubauer sind taubauer da habe ich das stärkste pokémon und ich wollte die vorentwicklung noch mal haben jetzt kommt bei mir das taubsi entwickle den jibbi ich würde zum beispiel jetzt mein glücksei einsetzen und dann kriegst du nämlich mehr ep da kriegst du nämlich pro entwicklung 3000 ep ich habe da keine glückseier kriege ich da aus einem anderen level level 10 ach so hast du ja gesagt weiß ich nicht hast du das gestern nie gesagt nein ich habe die superwelle kriegst du ab level 12 und warte ich guck mal level 8 aufgestiegen jetzt kriegst du ein neues zeug freigeschalten neues zeug den supertran kriegst du ab level 10 du hast ein logmodul da das ist doch ein was ist das ja ja aber danach erst nach meinem cool und dann die bären auf sich dazu die bären die sind neu die bären naja wenn du starke pokémons fängst kannst du die bären dann werden die friedlicher die pokémons ach so füttern also genau dann werden die friedlicher also dass du die sage ich mal zähmen kannst cool und die werde ich dann gleich mal angreifen hier oh ja die werde ich dann mal angreifen die werde ich dann mal angreifen die arena das schaffe ich da auch ja aber du bist team gelb na und jetzt hat das was zu teuten kann ich nur die angreifen die team gelb sind oder aus na ja team gelb du könntest angreifen du könntest angreifen was hast du für eine pokémons zeig mal zeig mal deine pokémons du könntest auf jeden fall 230 nimmt das viel dieses pipi das habe ich noch nicht mal und dann würde ich tauboss noch oder hast du tauboss ja tauboss ja tauboss noch ein bisschen aufleveln wie viel hast du tauboss auf jeden fall ja zweimal dass es über level 200 ist nochmal und nochmal dann bist du auf der sicheren seite das ist für 160 ungefähr ja genau oder kannst du nicht nochmal gut oder doch es geht wenn ich den wegschicke ja verschickst du den hättest du auch nur ein taubti verschicken können hab ich gerne wie viel evolis hast du jetzt evolis evolis habe ich oh hier das hast du auch noch nicht oder das viel das habe ich immer zwei mal aber dann gibt es eine weiterentwicklung oh level 247 ja der wird grob machen der wird böse sein gucke pass auf du musst dir jetzt ding zack eine Bäre geben so jetzt freut er sich für sich bei mir ist es drin ja weil deins ist auch noch nicht so alter hallo jetzt so wir wollten gerade noch weiter weg nicht mehr holen geht das nee du hast den sternstopp noch nicht mehr du kannst es trotzdem dann angreifen die arena geht das ja und dann greife ich sie wieder an es geht aber nicht ich komme gar nicht zu nee weil wir sind noch zu weit entfernt wir greifen die danach an schön dass du nicht angreifst den habe ich ja zweimal jetzt auch eins zwei drei immer weiblich und zweimal männlich geil sag mal wieviel evolis du äh bonbons hast dann kann ich dir nämlich einen trick zeigen evoli ah nur 12 ok bei 25 kann ich dir einen trick zeigen dann kriegst du das hier nee warte mal ich kann den wegschicken ja aber du brauchst ja ein evoli um zu entwickeln ich habe ja ein evoli stärkeres hier oben ja genau ich würde immer das stärkste entwickeln hier guck mal entweder du hast eine chance auf das hier das ist gut oder was ich heute dir gezeigt habe heute früh das hm das ist feuer pokémon das ist eigentlich flamara du musst es umändern als pyro und dann dann entwickelt sich das zu flamara von dem ballhof offen gibt es ein gelbes poko center die auf dem bahnhof die arena die kannst du dann auch gleich mal deine pokémon reinsteigen Dann kriegst du so ne Münzen. Geht das jetzt schon? Nee, zuerst greifst du die hier hinter uns an. Machen wir dann gleich. Oh, mein Akku sieht schwach aus. Wieso denn Akku? Meins ist 58 noch. Scheiße, ich hab ein Schladekabel da hinten liegen gelassen. Ja, weil wir haben 2 USB-Ports. Ach toll, ich hab extra mein Ladenkabel... Wurde schon mal eingesteckt. Wenn das weg ist hier... Wenn das weg ist... Das ist die Haube. Dann hol ich mir noch mein Ladekabel schnell. Haben wir dann 2 oder was? Ja, du kannst hier laden und ich hier. Gut. Leute, heute wird richtig mal vorgeproponiert. Kommt jeden Tag immer eine Folge hoch. Ich werde meine Kamera voll geladen. Da hätte ich jetzt ohne Folge aufnehmen können. Was cool ist. Dann schaffst du auch noch. Können wir ja mal nächstes Wochenende machen. Na klar. Da hab ich eh vor, ein bisschen was anderes noch zu drehen. Zum Beispiel? Brauch ich dich da eh zum Kameramann. Kameramann. Mein Gott. Ratzfatz. Ratzfatz. Scheiß. Scheiß Ratzfatz. Ey, was macht denn da mit meinen Bällen hier? Ich schluck den Ball und bleib drin. Ja, ne. Ja, das ist es. Pokestop kannst du auch wieder drehen. Ja? Ja. Klappt das gerade eben? Ja, der Film für den Auto. Stimmt. Ich bin hier näher dran. Hä, was ist denn da los? Ich bin mir sicher, was gar nicht näher an. Dein GPS ist auch ganz komisch. Dein GPS ist gar nicht dort. Was ist denn hier los jetzt? Weiter. Loll. Jetzt läuft er. Ein langes Stück. Ein langes Stück. Ein langes Stück. Hast du schon mal eine neue Schule gesehen? Nein. Im Video. Bei dir. Pass mal auf, ich schluck jetzt einfach dorthin und dreh so. Ich muss langsam. Es regnet. Greif mal die Arena an. Lauf mal da schnell hin. Und greif die Arena an. Wo sind die? So hier vorne? Die ist hier an der Ecke. Dort an dem neuen Stegstand. Okay. Und die stärksten Pokémons musst du reinsetzen. Greif an und immer wenn der Kampf dann kommt, immer drauf drücken. Okay. Dass der immer angreift. Immer auf den feindlichen Poker.